Andrea Berg, zauberhafte News. Endlich teilt sie ihr Wunder. Endlich ist die Katze aus dem Sack. Andrea Berg verkündet zuckersüße Neuigkeiten und versetzt damit ihre Fans in Hochstimmung. Sie ist und bleibt eine wahre Legende. Andrea Berg ist auch nach über 30 Jahren aus der deutschen Schlagerwelt nicht wegzudenken. Nun meldet sich die Musikerin überraschend mit zauberhaften Neuigkeiten bei ihren Fans. Andrea Berg, sie beschert ihren Fans ein Weihnachtswunder. Andrea Berg wird nicht müde, sich musikalisch immer wieder neu zu entdecken und zu erfinden. So auch in diesem Jahr. Überraschend kündigte sie ein neues Album für die anstehende Weihnachtszeit an. Auf ihrer Instagram-Seite schreibt die 57-Jährige. Hallo ihr Lieben, es ist soweit. Am kommenden Freitag beginnt die Vorbestellphase für mein neues Album Weihnacht. Ich habe die vergangenen Monate intensiv für die Arbeit an neuen Weihnachtssongs und Weihnachtsklassikern genutzt und kann es kaum erwarten, sie endlich mit euch allen teilen zu dürfen. Die Fans können das neue musikalische Werk bereits ab dem 8. September vorbestellen. Die Vorfreude steigt. Was für zuckersüße Neuigkeiten. Auch die Fans der Schlagersängerin freuen sich. Denn der Wunsch nach einem neuen Album von Andrea ist groß. Ein User schreibt, Weihnachten kann kommen. Ich kann es jetzt schon nicht erwarten. Ein anderer kommentiert. Da bin ich jetzt schon ganz verzaubert. Wie himmlisch schön. Freue mich trotzdem auch wieder auf ein reguläres Album, vielleicht im nächsten Frühjahr. Und wer weiß, vielleicht wird der größte Wunsch ihrer Community, nämlich ein neues normales Album, auch schon bald in Erfüllung. Ich bin born von ... Freundin, im nächsten Frühjahr. … … Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020